Das ist Porsche. Ich bin Tyron Ricketts. Die 911 ist der perfekte Sport-Karte. Ich bin ein Porsche-Fan. Was für Sie? Ist es nicht wichtig, was Sie unter der Hütung ist? All Sie interessieren, dass Ihr Auto von A zu B ist? In diesem Fall, es ist nichts für Sie hier. Goh, etwas anderes. Was ich Ihnen zeigen, ist ein Statement auf vier Fahrzeuge. Für 55 Jahre, es ist der epitome von Sporty-Driving. Loud, und strong, und self-confident. Aber es ist nicht für Show-Offs. Du bist nicht in diese Fahrzeuge zu machen, oder besser zu machen. Du bist in, zu fühlen. Was ist sicher, ist, dass es nicht nur deine Persönlichkeit hat, sondern auch deine Leben hat. Die 911 ist eine der Welt's viele, wirklich wirklich iconic Automotive Designs. Es ist immediately recognizable, wenn man nur die Silhouette sieht. Und das ist auch für dieses neue Modell. Es ist eine Timeless Maschine. Es ist eine Timeless Maschine. Die neue 911 hat die gleiche Fahrzeuge, aber es ist auch lange und wider als vorher. Und es hat größer Fahrzeuge in den Backen als in den Fronten. Das macht es sogar noch mehr Compact und Sporty. Whether du wählst Rear-Wheel oder 4-Wheel-Driving, es ist nur eine Body-Shape. Die einzige Unterschiede zwischen den zwei sind die Schlatsen auf der Inlet. Die Schlatsen der 4-Wheel-Driving-Modell sind chrome-blatet. Die Rear-Lite, die Größe der Width der Fahrzeuge sind auch cool. Every new 911 has this feature. The front headlights are now set to a sharper angle like those in earlier models. And the interior is illuminated using the latest LED Matrix technology. The digital dashboard still features an analog tachometer. In this regard Porsche remains true to its history and tradition. You shouldn't throw out features that have always been positive. It's more important to adjust details. That's the most difficult part of automotive design and development. That's why the Porsche wet mode was developed. To provide even better assistance for drivers in wet conditions. Wet roads can be tricky. Everybody knows that. And anybody who has ever driven a Porsche 11 model knows that this car has driving characteristics like no other. One of the reasons for that is because the engine is located behind the rear axle. It's a special way of driving. You have to get used to it. For this wet mode, our engineers installed sensors in the wheel arches. They sense and measure splashing water. Depending on the amount of water the sensors recognize, the system can intelligently adjust the engine's power, switching to a flatter accelerator curve and regulating ASR and ABS. The engineers only made a few changes to the engine. One of them involves the injection method. All in all, this Carrera 4S has 450 horsepower. It accelerates better and is more efficient. Oh, and one more thing. Even with its auto-particular filter, the car still sounds like an 11. And to bring that power to the road, it now has a new 8-speed dual-clutch gearbox. Here in Zuffenhausen is where the new 911 gets its new transmission. For drivers that means enhanced performance, more comfort and even more efficiency. Starting up and shifting gears can now be done more harmoniously. Shifting gears is so quick you can hardly feel it. The engineers made it possible by improving the clutch changes when shifting gears. And with the help of even more intelligent software, the sixth gear is still the top speed gear. It's a high-powered computer with gear wheels. Might be just the thing you're looking for, eh? And anybody who has ever driven a Porsche 911 knows that this car has driving characteristics like no other. There's more about the 911 on Porsche News TV. Or is it SecondSPEเข? Or is it possible? And a Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.